hallo und herzlich willkommen zurück hier auf youtube kanal qualix zu einer neuen reaction bevor es losgeht fragt sich wie es mir geht deswegen vielleicht auch vielleicht etwas angeschlagen leicht denn mein vater hat erstens corona nice ich derzeit nicht wc erwarte doch aufs ergebnis aber schnell das mal nicht und ich habe hier so eine schiene für uns weil ich meine sehnen beidseitig nicht belasten sollte nächsten circa zwei wochen weiß ich kann hier dass du um ihm gar nicht abwinken soll ich auch nicht aber ja ist nice denn ich habe schon lange das bis auf beiden seiten wehtut rechts dauernd links nur bei bewegung jetzt einfach mal sorry das ist einfach mal hier entspannen deswegen ist natürlich bei der ex besonders behauptet ich habe es angeschaut ich habe kurz nur rein um zu sehen wie lang es dauert genau so weit war ich mal also ich habe schon nicht angeschaut wir haben hier 720p gehen voll mit let's go in diesem video werde ich ein eine minute haus bauen ein fünf minuten haus bauen und als zehn minuten haus bauen für jedes haus ein chunk in dem ich bauen werde und ja das ist es eigentlich mal sehen wie ich möchte eine minute haus wird und es gibt es wahrscheinlich viele die jetzt sagen wenn so ich finde irgendwie die qualität vom video an sich ist nicht das beste aber ich fühle sowas und genau so mache ich es meine auch ganz einfach sowas ist einfach authentisch sowas will ich als zuseher mehr und deswegen mache ich das ganze auch als content creator so also ich selber will nicht irgendwie wo gott da ich mich versprochen da ich zu einer langen lücke rausschneiden ausgenommen sind shorts was shorts nimmt mir sehr sehr viel zeit glaube ich auch leider muss man zusammen aber da ist es für mich so dass ich es für mich einfach mehr aufwand aber bei normalen videos muss ich durch ihr authentisch pur alles machen das heißt dementsprechend auch solche sachen eben die dann vielleicht nicht so gut gelungen sind oder halt generell lücken so weiter oder auch eine frage irgendwelche sachen die man vielleicht gesagt hat so wenn man die in einem video drin lässt also ich finde das einfach nur geil im gegensatz zum halben stunde haus oder eben auch nicht gescriptet ist vorhin eine minute und ja er läuft er läuft er läuft er läuft er läuft oh gott planks planks meine maus meine maus einfach birke birke okay birke gut warum nicht ich hab keine ahnung ich hab keine ahnung ich hab keine ahnung haus 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 ich fühl sich fühl sich egal dass ich habe viel zu wenig zeit die viel zeit habe ich noch 13 sekunden ähm ein bett ein bett ein bett ein bett keine ahnung ähm ja und zeit ist vorbei so das ist mein absolut tolles eine minute so ich muss mal kurz unterbrechen und sage ich muss mal kurz kommentare mich interessiert das ganze wir haben hier einmal ein super video danke lull also ich muss sagen dass du sehr gute häuser im einkauf bauen kannst ha 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 nein äh nein 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 also ich glaube in diesem zeitdruck ich hätte kein freundliches geschafft gut hat auch ein bisschen was gesundheitlich davor tat es auch mit der maus weh jetzt tue ich mir schwer mit der maus zu fahren aber tut derzeit zwar auch weh weil die sehne geht dann hier komplett durch nicht aber auf jeden fall so nein ist es wieder allerdings leckt es zu sehr ja lol das ist zeit genau das ist zeit auf jeden fall allerdings leckt es zu sehr ja aber es geht ist das erste video hier es geht nur ich habe mir zurück in meiner ersten oder meine haustour jahrelange danach auch jahrelang vor allem monateweise danach bei mir ist genauso lecky jetzt habe ich ja jetzt laber nicht ich rede du brauchst es nicht erklären ach nein ich habe jetzt einen wieder gpu das heißt enwenk und habe dann absolut prinzipiell kein problem mit legs und sonstige sachen sondern das schluckte und ist im prinzip vollkommen egal und dann gibt es hier ein bett ach geht es ist ein bett ach ich kann besseres hinkriegen dann lass uns meinen teil aber das sind solche sachen so mit ähm da ist ein bett ähm 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 das sind sich authentische sachen und sowas fühle ich einfach sowas finde ich nice 5 minuten setzen 5 minuten wobei ich auch was kurz sagen muss und zwar eine minute war jetzt ja ungefähr eine minute ja 5 minuten nach haus weiß ich nicht so weit aber zumindest bei der halben stunde haus da wird es sehr zusammengeschnitten sein und ich selber weiß gut vor dem reaktion schaut sich kein mensch an so zusammen ist mir persönlich klar aber ich selber schaue viel mehr mir videos an mit voller länge wo von mir aus zwischendurch vielleicht nichts gelabert wird aber alles mögliche sieht oder halt durch irgendeinen schwachsinn eigentlich gelabert wird sowas finde ich irgendwie nicer aber es persönlich einfach gedanken zu machen ähm ja ich hab absolut keinen plan also ich geh jetzt rein stört den timer kein plan so bin ich auch okay damals schon zeitraffer das rauscht sehr so wenn es schon vorher so elektronisch rauschig ist zeitraffer nicht gerade unbedingt immer das beste so aber gut der zeitraffer ist ein bisschen zu schnell also ich merke schon mal wird leicht schlecht so habe ich meistens so schnelle sachen schwindelig schlecht das heißt das ist gerade nicht unbedingt das beste für mich ich merke schon wenn es gerade bei mir am magen schon schlägt deswegen schaue ich so da habe ich zwei monate dazwischen schaue ich gerade hin hier auf der seite habe ich mein OBS hier mein das video eben und ich schaue so damit ich mich nicht konzentriere soll ich auf beiden seiten sowieso eigentlich sehen aber mich nicht genau darauf konzentriere sozusagen und das sollte ja das ist Zeit das ist Zeit so also das hier ist ein wesentliches Upgrade sieht auf jeden Fall viel besser aus um einiges um welten also dazu hätte ich nie die Motivation sowas also eine halbe Stunde fürchte ich mich ja schon und hier geht man rein das ist für zwei Personen dieses Haus ich hätte Crafting Tables ähm auch reinmachen können äh ne hab ich jetzt nicht getan und dann hier also das sieht gar nicht so schlecht aus für fünf Minuten na das ganze hätte ich in einer halben Stunde nicht mal hinbekommen und falls jemand fragt was geht ich gehe mal stark davon aus ich war selber nicht dabei habe ich dir stark davon aus was hat er im Stream gemacht durch die Interaktion mit dem Chat die man hier im Video sieht hat man das ganze merkt man das ganze glaube ich weil ich bezweifelt dass jetzt der neben ihm sitzt oder er kann bei Discord was schreibt und er nebenbei Discord liest deswegen gehe ich mal stark davon aus was war im Livestream war ich selber leider nicht dabei aber ja ja ähm ja das sieht gar nicht so aber soll ich sagen bin ich einfach authentisch extrem nice so was ist einfach geil so Timer läuft let's go let's go oh 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 das schlägt sie am Magen wow oh kann man bitte langsamere Zeit raffa machen mir schlägt das am Schädel mir schlägt das am Schädel am Magen oh ja ich kann nicht mal hinschauen wenn ich kurz hinschauen wird mir schon schlecht ich muss mich einfach auf was konzentrieren nebenbei das ganze gucken beidseitig aber nicht drauf fixieren weil dann das schaffe ich nicht das halte ich nicht aus das schaffe ich nicht schaffe ich einfach nicht aber die Mucke ist nice bisschen leise im Gegensatz zum Ton davor das heißt Musik hätte ich bisschen lauter gemacht nicht so extrem leise sondern so dass es gleichmäßig ist weil ich das ist halt dann gleich lautsteller soll es sein wie das Reden weil es ein Stadtthemen ist weil ich sage ich habe Hintergrundmusik und drüber das Reden dann so ja gut ich weiß schon beim schneiden ich werde das Video nicht nochmal anschauen ich werde vorhin was wegschneiden abmarsch ist mir vollkommen egal weil ich kann mir das nicht nochmal antun das schaffe ich nicht so aber es schaut schon mal nice aus eigentlich das Haus der Zeitraff ist mir nur etwas zu schnell also das sage ich selber ganz ehrlich lieber ein längeres Video wo mir aber nicht schlecht wird aber weil das habe ich hier leider wenn ich weiß wie stark bis gerade der Magen eigentlich schlägt bringe ich mal meinen Eis die einen Schluck weil ich weiß vielleicht nicht gerade das beste aber also mein Magen ist gerade ganz angeschlagen also wenn ich essen würde oder essen möchte dann muss ich noch warten das könnt ihr jetzt nicht gleich ähm vor allem wieder auch schon ein bisschen schwindelig so also das ist einfach zu viel das gebe ich von meiner Seite mal zurück weil für mich ist es gesundheitlich zum reagieren schwierig ich bin ziemlich zufrieden ich sollte es frühzeitig beenden so vier Minuten zwanzig nein wir haben drei Minuten noch und ich möchte jetzt nicht wirklich was kaputt machen in dem Haus deshalb sage ich jetzt einfach doch stopp wir hatten noch zwei Minuten 31 das ist jetzt mein halbe Stunde Haus das ähm das Dach sieht sehr schön aus sieht aus wie ein Ochse wie ein Ochse ich dachte das ist wie ein Schiff so geformt dann haben wir hier einen schönen Teich Teich ja ich kann doch nicht meine Türken dann haben wir hier Jokebox und eine Truhe für Sachen die man in der Jukebox spielen will ähm dann haben wir hier eine schöne Küche kleine Küche hier etwas zum extra lagern und hier haben wir ein Bett mit einer kleinen Laterne als Nachtlicht dann gehen wir hoch dann gibt es dann und wir haben hier einfach einen Dachboden um Sachen zu laden und das ist mein halbe Stunde Haus schön klein gemütlich herrlich also ich find's nice jetzt gucken wir uns noch mal an das ist die eine Minute Haus das eine Minute Haus fünf Minuten Haus halbe Stunde also ihr könnt ach abstimmen welches ihr am besten findet mein persönlicher Favorit ist natürlich halbe Stunde aber wenn ihr das eine Minute Haus am schönsten findet mit Birkenholz und Akaz hier dann gibt's ja bumm ähm dann schaut gerne auf heroeswith.de vorbei da ist er um könnt ihr gerne auch vorbeischauen ich hab mir den Rang drauf und dann schönen Tag noch und schaut gerne live nochmal vorbei wenn ich solche Videos mache tschüss so schau ah das ist da rechts das hier schwarz ist bitte ihr braucht keine Angst haben das sieht mich hier unten eh aber da oben der Bildschirm ist nicht kaputt um Gottes willen keine Sorge bitte das Video ist so wenn wir dazu gesagt haben bevor wir dann irgendwelche zu haben Herz und Fack kriegen ich weiß hätte ich vielleicht am Anfang dazu sagen sollen aber gut lieber hat ganz wie nur den Herz und Fack als dann länger als das Video aber deswegen gerne liken Abo der Last und gut ich dann habe ich sowas ja auch geil deswegen die YouTube Musik benutzen ist schrecklich ist scheiße weil da hat man hier unten dieses Teil brauche ich nicht ncs ncs für alles kostenlos no copyright songs und sound ähm geil oder ncm ncs glaube ich keine Ahnung so furcht auf jeden Fall gerne eben Abo Like der Last und Glocke aktivieren genauso wie hier zum Video und zum Kanal unten in der Videobeschreibung auch bitte gerne Abo da lassen hier bei dem 8 Abonnenten Mikrik da schafft man sicher mehr also wir sehen uns im nächsten Video in der nächsten Reaktion bis dorthin haut rein ich bin raus und sag tschau